Hallo und herzlich willkommen hier zu den Chaos-Ossis und wir spielen weiterhin Left 4 Plants vs. Zombies Dead 2. Das war ja ein schöner Wortmix. Ja, Left 4 Plants vs. Zombies Dead 2. Also Zombies, die sterben 2. Pass auf, wo du hinziehst! Ja, auf mich abzunehmen, nein, nein, auf mich zu schießen. Oh, oh, yeah, 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 ich steh drauf, juhu. Nein, also, wir haben gestern mal, oder beim letzten Mal ein bisschen die Map erkundet und wir haben das Ziel gefunden, den Sicherungsraum, aber irgendwie, ich weiß ja nicht. Wir glauben, dass es das Ziel ist. Ja, wir glauben, dass es das Ziel ist. Wir sagen, wir gehen davon aus, oder Patty geht davon aus, dass wir jetzt den roten Knopf drücken müssen, den wir in der letzten Folge schon gedrückt haben und den, wo wir elendig versagt haben und dass wir damit dann weiterkommen. Und ich sag einfach mal, Patty drücke. Hast du gedrückt? Ja, ich habe gedrückt. Aber wir kommen hier nicht mehr zurück, was würde ich dir nur mal sagen. Wir müssen rennen, wir kommen hier nicht mehr zurück. Das ist eine gute Sache, Mann, scheiße. Jetzt kommt, wir rennen einfach, wir rennen einfach, wir rennen einfach, komm, 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 komm. Ja, dann komm, 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 komm. Nein, komm durch. Echt jetzt? Ich bin alleine hier unterwegs, oder wie? Ich glaube, ja. okay dann laufe ich mache ich würde gern auf dich warten ich kann mir nicht durch die ganzen haus gespawcene ok man kommt hier auch nicht durch also ich habe jetzt auch noch probiert du kommst ja auch nicht weiter dann war super kommt ja hier verdammten ich bin alleine nein super darf ich ja jetzt ich verschätze mich jetzt in mein haus die werden mich bestimmt ich finde wissen noch nicht wo ich bin ja kein bock auf den solo aber ich muss ich komme mir so alleine vor ein glück dass die tanks hier nicht reinkommen können versucht mich doch mal zu erwischen hier scheiß tanks hilfe die schießen mit die werfen mit steinen die sicht wechseln eigentlich schon sobald du tot bist müsste das funktionieren das war ich noch nicht wo es dauert das dauert eine ganze weise das ist echt schon ich komme einfach mal kann nichts machen bleibt dann habe jetzt sind es nur noch zwei von uns was soll ich machen ich glaube ich die mit absicht einlassen man wie soll ich das denn machen das geht doch gar nicht so kann man da nicht nach hause okay ist leicht tot nein bist du dir ganz sicher das hört sich nach schwarzen auch gott das hört sich nach tanks an das sieht nach 10 aus hilfe 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 wenn sie genau dahin nein ich renne nicht zu denen ich renne nicht zu denen ich freue mich aber nicht hin darum nicht kinderspielplatz ja ja das einzige sichere da ist so ein zaun da räum ich nicht durch da ist ein klitzekleiner zaun wo ich nicht oh das war's nein jetzt kommt auch so ein dämlicher splitter das ist ein smoker für mich ist es ein slenderman also ihr seht leute der slenderman hat mich ist mir hatte riesige arme sondern er hat eine zunge ja das ist ein richtig böser tod ich kann mich nicht mal bewegen jetzt mal ehrlich also nein das macht keinen spaß ich habe keine ahnung das war versuchen die bots mitzunehmen ich glaube es denn so ein bisschen trotzdem in der wüste den knapp drücken ein theoretisch schon nach den folgen die wollen die folgen die folgen ich würde er sagen die folgen dem gewissert ich drück diesmal ein klopf ja doch okay ich würde sagen ihr geht raus auf die straße ich drücke den klopf ich opfere mich für die gemeinschaft muss doch die straße ja gut ja dann ich habe keine war für keine ordentliche na dann machen wir nur die macht ordentliche war für mich hier hast du gewonnen sehr schön ein glück ich habe hier noch ein was um mich zu verteidigen licht an 3 2 jetzt ist showtime doch nicht kommen nicht ich bleibe erst mal hier einfach mal ein bisschen schutzraum durch mann ich komme einfach mal oh gott clowns was sind denn was haben den clowns hier zu suchen ich kann nichts machen ja jetzt kommt zu dir ein paar tanks würde ich dir noch mal sagen verdammt ohne sie kann auch da ja alles noch einfach nur rennen nein natürlich kommen die jahre glaubt mir die kommen dort rein die kommen rein oh ja leute ihr könnt ihr selbst als deadpool ich sage einfach mal es klappt nicht wir müssen wirklich dort bleiben würde ich mal schätzen erst die tanks noch überleben oder ich würde einfach mal sagen wir lachen das oder ich wollte sagen drück doch mal den knopf während ich war im schutzraum sind vor dem schutzraum es ist so eine ganz leise ahnung dass der da nicht aufgeht ich weiß nicht ob es so ist aber ok deine ahnung haben wir endlich bis jetzt immer geholfen dann machen wir mal vor dem schutzraum ja 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 da und die folgen mir wir kommen gehen der wird die wollen ich gehe einfach kommen bewegt sich in der hoffnung dass du nicht so wie ein Geld im Arsch ist klar abkrieg schon hin ich bin schon der anderen okay Warte jetzt Warte 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 ich komme nicht hoch ich komme nicht hoch und ja dann funktioniert es nicht wir haben es irgendwie auf dich abgesehen hast du echt gedrückt? ja die kommen jetzt auch alle zu dir die ganzen Zombies es kommt gar nicht so gut hm gewiss oh das ist immer wieder cool komisch wie macht man das NIE KILL DEN CLOUN sollm Peyren bitte umdrehen wo das jetzt natürlich mit einem Kantine natürlich auch das tut auch einfach nur die Tanks auf der ich hab die 1 ist sicher Sie kommen Nein Oh Gott die sind hier drin Die sind im hausland scheiße Nein Komm schon Hey ich brauche Hilfe Ja super Oh scheiße Oh scheiße Ich brauche hier meine Hilfe Ja ich will dass ich beende dieses Trauerspiel einfach mal Wir hoffen euch hat die Map Plants vs Left 4 Dead Zombies Left 4 Zombies Dead 2 Gefallen? Nee Okay Left 4 Plants vs. Zombies Dead 2 So wir hoffen es hat euch gefallen Und sagen einfach mal bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao